Okay, weg. Okay, David, ein paar Wörter. Was willst du jetzt machen? Ich will nachher ein Stück essen. Ich finde es sehr gut. Ein Geld. Ein Geld. Okay. Wir werden doch alle so gegessen. Im ganzen Geld machen. Ist das ich? Das ist so dumm. So dumm bin ich damit. Das ist gut. Ich will aber nicht alles wissen. Nein, ein bisschen für Anneke, oder? Ich denke, das ist wahrscheinlich nicht in Polen, oder? Echt? Weil... Nein, das würde ich nicht. Aber Maria... Die Fotos sind schon im Internet. Ich habe heute so eine total geile Bild gesehen, übrigens, also in Facebook. Hat jemand gepostet so ein Schild irgendwo im Treppenhaus, irgendwo in einem Bürogebäude in USA, hat jemand geschrieben. In case of fire, please leave the building before twittering about it. Und so ein Typ mit dem Handy so in den Treppenhaus. Ist der Hammer, oder? Ja, ja. Es reicht. Also, ich habe es gemacht. David, nee, komm. Wir haben alle einen ganzen gegessen. Das glaube ich, ja. Ich auch. Daniel hat zwei ganzen gegessen. Und Daniel wird es auch essen, wenn du das jetzt nicht willst. Ja, willst du? Bitte. Ah, wie ist es? Und warum ist der so beliebt in der Schweiz? Der ist nicht beliebt. Man versucht es abzuschaffen, aber... Ist doch eine exotische Sache. Ja, ich finde es auch gut. So wie, du weißt ungefähr, wie die Leute in China manchmal Schlangen essen und so. Es ist nicht so, dass sie jeden Tag Schlangen essen. Okay, also ich versuche nachher ein Stück dann. Ja, du weißt, links da ist kein Fisch. Stimmt, da ist kein Fisch. Also, ich sollte hier auf dieser Seite essen, oder? Ja, da ist Fisch. Also, das hängt davon ab, wo du Fisch magst. Echt? Oh. Ich glaube, jetzt ist das Fisch raus. Jetzt kann man jemanden das Rest essen. Also, das ist nur Zwiebeln und Sau. Ich finde es nicht so schlimm, ne? Wirklich? Ja, ich finde es nicht so schlimm, ne? Ja, ich finde es nicht so schlimm. Ja, aber was habe ich nicht hatten? Kein Fisch rausgekommen. Natürlich gefällt es das Elende. Aber ihr schweckt es nach Elende. Es ist echt mindestens 40. Ja.